So, komm auf. Aber die hat da hinten schon wahrgenommen. Ja, glaub ich auch. Okay, und jetzt machen wir den Aufregner. Also, jetzt ruhig ruhig mal. In dieser Distanz bringt einfach mal so ein bisschen links zusammen auf den Boden. Also, ohne dass wir ein, wirklich nach dem anderen. Hier was Tolles. Und gerade bei dir jetzt auch. Ja. 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 Ja.